Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik V2 Video. Seit der Google I.O. Konferenz von letzter Woche habe ich hin und her überlegt, ob ich mir eine von den neuen Android Watches bestellen soll. Nein, das hier ist noch keine, denn morgen ist erst der 4. Juli, da wird das erste Modell ausgeliefert. Und ich habe wirklich hin und her überlegt. Es gibt ja drei Modelle, die LG G Watch, dann eine von Samsung, die Samsung Gear Live und dann die von Motorola, die Moto 360. Rein optisch gesehen, die Moto 360 ist einfach die, die mir bei Weitem mit Abstand am besten gefällt. Nummer eins, ich mag halt ein rundes Uhrendesign lieber als jetzt die beideneckigen. Und deswegen würde ich rein optisch auf jeden Fall zu 360 greifen wollen. Das Problem jetzt nur, die gibt es noch nicht. Wann sie rauskommt, weiß man noch nicht. Aber es wird sehr gemunkelt, dass sie nicht im Gegensatz zu den anderen beiden, die bei 200 Euro im Preis liegen, die dann die Moto bei 250 liegen sollte. Und ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich mit so einer Android Uhr überhaupt was anfangen kann. Denn wir wissen ja alle, die Dinger sind natürlich nur auf Android Geräte zugeschnitten. Ihr braucht ein Android Gerät, was Android 4.3 hat. Da ist also nichts mit Windows Phone oder mit den lustigen Äpfeln. So, aber wir gucken mal ganz kurz auf die Google-Seite. Denn, wie ich schon sagte, heute ist oder musste die Entscheidung fallen. Bei der LGG Watch stand nämlich tagelang hier auf Lager, beziehungsweise stand nämlich noch gar nichts auf Lager. Jetzt steht inzwischen auf Lager. Aber da steht etwas von, verlässt das Lager bis zum 4. Juli. So, bei der Samsung Gear Live steht es immer noch, verlässt das Lager bis zum 8. Juli. Da ist es ziemlich klar, welche Uhr als erstes verschickt wird. Klar, das ist natürlich die LGG Watch. Wenn ich Glück habe, ich habe sie eben bestellt, geht die heute sogar noch raus. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Die gibt es auch noch in Weiß. Da ändert sich aber das Gehäuse nicht, sondern nur das Band. Das ist übrigens ein Gummiband. Von den Funktionen bieten die beiden das Gleiche. Ich glaube, der einzige Unterschied bei der Software ist, dass die LG noch ein paar andere Uhrendesign-Ziffernblatt-Layouts bietet. So, wenn wir uns dann hier an die Hardware gehen, drin ist fast das Gleiche. Hier ist ein größerer Akku drin, also bei der LG. Die Samsung kommt nur mit 300 mAh, aber erwartet jetzt keinen großen Unterschied. Die werden beide maximal zwei Tage halten. Der Unterschied ist dann eher beim Display zu suchen, denn während wir hier 1,65 Zoll Display, 280x280 IPS haben, kommen wir hier auf 1,63x320x320 Super AMOLED. So, und ich denke mal, darüber kommt dann hier noch die Stromsparfunktion, nicht Stromsparfunktion, aber dann die Hoffnung, dass man auch mit dem kleineren Akku hinkommt. Wir sehen hier bei der Samsung net die PPI-Zahl angegeben, also die Punktpixeldichte, 278. Ich habe eben mal gerechnet, weil es bei der LG nicht angegeben wird, hier kommen wir auf 240 Pixel. Ist natürlich, wenn man sich das überlegt, man hält seine Uhr, sein Smartphone und mit der Uhr ziemlich, ich sage mal, im gleichen Abstand, würde ich mal fast raten, vom Gesicht. Da ist natürlich schade unter 300, aber für die erste Generation wird das bestimmt trotzdem vernünftig aussehen. Was ich auch immer wieder betonen muss, wo es um die Uhren geht, wir haben hier zwar die angegebene Sache WLAN, aber das steht hier wirklich nur für halt drahtloses Netzwerkverbindung, aber das hat, die beide Uhren haben kein WLAN, die kommen wirklich nur mit Bluetooth daher. Bedeutet, ihr braucht wirklich immer ein Android-Gerät in der Nähe, um damit irgendwas Vernünftiges anfangen zu können. Die Dinger haben keine eingebaute SIM-Garte und nein, sie haben wirklich auch kein eingebautes WLAN-Modul. Ansonsten, 4 GB Speicher, 512 MB RAM, da frage ich mich, was ich da alles auf der Uhr speichern soll. Ich bin gespannt. Ansonsten noch der Unterschied ist natürlich noch der Pulsmesser bei der Samsung. Bei der LG haben wir so etwas nicht. Wenn man die ganzen Amis-Blocks sich anguckt, die die Dinger natürlich schon Tage, Wochen, Monate vorher testen durften, sind sie sich eigentlich alle einig, dass das Display bei der Samsung besser ist? Dass das Tragegefühl aber bei der LG besser ist und das, obwohl sie ein bisschen dicker ist, ein bisschen schwerer ist. Und beide Uhren sollen übrigens draußen katastrophal zum Betrachten sein, also bei einer Bildschirmhelligkeit noch nicht wirklich viel zu bieten haben. So, was will ich eigentlich mit diesem Video sagen? Ich würde als Otto Normalo noch überhaupt nicht zu so einer Uhr raten. Ich würde sie noch nicht mal kaufen, ich würde sie nicht in Erwähnung ziehen. Für 200 Euro, beziehungsweise plus Versandkosten dann 200, fast 210 Euro. Da kann man sich wirklich als Technik-Nerd irgendwas anderes besorgen, was man noch nicht hatte, um damit da mal rumzuspielen. Sei es ein Apple TV, sei es ein Google Chromecast, sei es vielleicht ein Nexus 7 Tablet. Die kosten ja auch nur noch 179 Euro in der 16-Gigabyte-Version. Oder wenn man mal ins Windows-Lager rüberschaut, es gibt die Nokia Lumia-Dinger, 630, 1320. Da kriegt man schon ein Windows-Phone-Smartphone. Oder es gibt auch Windows 8 Tablets für unter 200 oder für 200 Euro. Also es gibt genügend, ich sag mal, technische Spielereien, Gimmicks, die einen wahrscheinlich viel, viel, viel mehr beschäftigen werden als so eine Android-Uhr. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich lehne mich erstmal zurück, warte ab und wenn das doch was Tolles ist, warte ich erstmal, dass die ganzen Apps dafür noch rauskommen. Bisher gibt es ja nur 24 Apps, die es eigentlich dafür unterstützt werden. Google hat gestern ja erst eine eigene Kategorie im App Store eingerichtet. Das dauert also noch etwas. Und vor allem, wir sind ja erst bei der ersten Generation. Die zweite Uhrengeneration hat dann höherauflösende Displays, kann draußen problemlos gelesen werden, hat wahrscheinlich ein besseres Interface, hat wahrscheinlich sogar noch eine Kamera oder ein Mikrofon. Also ein Mikrofon hat die ja auch, aber vielleicht sogar einen Audioanschluss für die Kopfhörer oder was auch immer, was man da noch alles basteln könnte. Also da glaube ich sehr, dass es die zweite Generation sich um einiges mehr zum Kaufen lohnt. Und ich hole sie mir jetzt natürlich nur, weil ich neugierig bin, einmal zum großen Nerd-Geek-Faktor, zum Rumspielen. Aber ich glaube nicht, dass ich damit wirklich viel machen werde oder dass ich damit sie lange behalten werde. Die wird wahrscheinlich schnell ihren Weg wieder zu Ebay finden. Aber für mich dann als Einschätzung, deswegen greife ich jetzt zu LG, weil es die US, die auch als erstes rauskommt zum Rumspielen und weil sie mir auch optisch besser gefällt, als die silbernen drumherum von der Samsung. Ich werde dann aber wissen, ob ich denn dann noch in, ich sag mal in einem Monat, sechs Wochen zur Moto 360 greifen werde und ob ich denn so eine Smartwatch damit denn überhaupt was möchte. Ich muss auch sagen, diese Smartwatches, wir haben Android drauf. Man muss wirklich, um da was rauszuziehen, muss man sich wirklich im Google-Kosmos wohlfühlen. Sonst hält es sich in Grenzen, also auch die kompletten Google-Dienste wahrscheinlich nutzen. Aber wie umfangreich das Ganze dann wird und wie sehr man dann darauf angewiesen sein wird, das werde ich dann die nächsten Tage testen, euch berichten und hoffentlich kommt das Teil dann morgen oder zum Wochenende dann hoffentlich. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.